Herzlichen Dank an den Musik für ein Bike zur Nominierung der Klopapier-Challenge. Selbstverständlich nehmen wir diese gerne an. Im Gegensatz zu euch sind wir nicht zu geistig mit unserem Klopapier, denn unser Vorrat reicht bereits seit 125 Jahren. Und hier ein kleines Beweisvideo. Los geht's! Samuel, wo kommt denn die her? Ich bin ein kleines Beweis. Jesus Gott, wer stört mich da beim Üben? Zu unserem 125-jährigen Vereinsjubiläum haben wir ja den Christo gebucht. Aber der kann ja wegen unserer Corona nicht kommen. Wir wollten die Merkur-Ei-Hülle. Aber wir Ottenauer, wir sind ja kreativ. Wir machen das alle selber und tun unsere Instrumente einwickeln. Ausgegangen. Nachschub. Hey! Und es geht los. Und der Rechte. Und der Rechte. Salam Aleikum! Hey! Das ist MVO. 125 Jahre. Das schaffen wir. Bleibt gesund. Und Up Yes Up Liebe Musikerfreunde aus Balk, leider, leider für euch trinken wir unser Bier alleine. Wie ihr seht, haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut, bei der Challenge teilzunehmen. Ein unverbratenes Budget für unser Jubiläumsjahr macht dies möglich. Der Musikverein Ottenau legt auf 125 Jahre Vereinsgeschichte im Jahr 2020 zurück. Leider ist unser Jubiläumskonzert der Corona-Krise zum Opfer gefallen und wurde abgesagt. Getreut dem Motto, Geburtstage zählt man nicht, man feiert sie, feiern wir einfach nächstes Jahr noch einmal. Herzliche Einladung an dieser Stelle zum Ersatztermin für unser Konzert am 17. April 2021. Dies wird stattfinden in der Merkurhalle mit unseren Musikfreunden aus Annenmas. Jetzt aber zum lustigen Teil der ganzen Challenge, den Nominierungen. An erster Stelle wollen wir unsere Freunde des Musikvereins Regelweiß-Oßenbach nominieren. Auch sie hätten ein Jubiläumsfest, was leider abgesagt werden muss. Als nächstes nominieren wir unsere Musikerfreunde vom Musikverein Fischweyer und Weißenbach. Und damit man in Ottenau noch weitere Klopapierrollen fliegen sehen kann, möchten wir auch unsere Freunde vom OCC als Zusatz nominieren. Ihr habt genau 48 Stunden Zeit, um ein Video mit und rund um das Klopapier zu erstellen. Andernfalls schuldet ihr uns einen Kasten Bier. Viel Spaß dabei!